Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video, zum letzten Video, zumindest in der Fortnite Season 2. Das heißt, wir gucken uns heute nochmal alle Dinge an, die es in der nächsten Season auf gar keinen Fall mehr geben wird. Das ist so ein kleines Schlussmachen, wisst ihr? Ja, hör mal Season, das war eine schöne Zeit, aber jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Das kannst du mich nicht anschauen. Ich habe jemand Neues kennengelernt, und zwar Season 3. Tut mir wirklich leid. Lasst mir immer gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Und tragt jetzt zur neuen Season gerne meinen Creator-Code Wannabeam-Item-Shop ein. Let's go, Freunde. Willkommen bei Wannabe-Airlines. Wir fliegen das letzte Mal jetzt über die Season 2-Map drüber. Ihr wisst selber, Live-Event steht vor der Tür, neue Season kommt, und damit ist das hier alles tutti-futti weg. Weg. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie hat euch die Season gefallen. Eins ist super scheiße, und 10 von 10 wäre die beste Season ever. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf, was ihr antwortet. Und ich werde jetzt hingehen und werde euch nochmal alle Dinge zeigen, die es in dieser Season gegeben hat. Und natürlich fliegen wir dazu erstmal zum Collider. Was geht ab hier? Live-Event wird hier stattfinden. Was meint ihr, wird die ganze Karte weggeschossen werden? Brauchst du irgendwie nicht? Wieso kommt hier keiner runter? Habt ihr Angst vor Live-Event? Ey, was ist denn los mit euch? Egal. Ich zeige euch ein paar Geheimverstecke. Die wusste ich nämlich selber doch nicht. Und zwar gibt es hier einfach zwei verschiedene Loot-Drops. Wusstet ihr das? Falls nicht, dann ist das eigentlich auch egal, weil das wird ja dann sowieso weg sein. Ey, wo ist der? Warum ist der nicht da? Hallo? Oh, da vorne ist er ja. So schlecht, ey. Gib uns eine geile Waffe, komm schon. Beste Waffe in ganz Fortnite. Ey, ich wusste gar nicht, dass die so groß aussieht. Ja, das ist gut, dass wir die haben, weil nächste Season wird die nicht mehr drin sein. Ey, was passiert hier gerade? So, wartet mal. Ey, die ist eigentlich besser, oder? Scheiß drauf, ich spiele die andere nicht. Ich zeige euch jetzt das zweite Versteck. Und zwar gibt es hier noch einen weiteren Loot-Drop. Ey, wenn ihr das nicht gewusst habt, da hattet ihr echt Nachteile. Und zwar ist er hier vorne. Und mal gucken, was wir drin haben. Oh mein Gott, wichtig. Airstrike. Ich zeige euch gleich einen Trick. Ich hoffe, das funktioniert. Damit könnt ihr ganz einfach Dr. Sloan ausschalten. Wartet mal ab. Wir nähern uns jetzt dem Target. Und Speier. Geh drauf. Nein. Lauf nicht weg. Oh Gott. Egal, die ist trotzdem fast down. Tschüss. Die hat ja gar keine Chance. Ey, shit, ich muss nachladen. Oh oh. Geh drauf. Und pep. Zack. Easy peasy. Ich habe fast gar keinen Schaden bekommen. Ey, was machst du denn hier, Lamy? Lamy? Wirst du nächstes Season eigentlich noch da sein? Weg will ich. Weg. Ey, ich hoffe, der wird nicht weg sein. Macht keinen Quatsch. Ich brauche meinen Lamy-Kopf noch. Stellt euch mal vor, nächste Season gibt es einfach den No-Building-Modus nicht mehr. Das wäre so schlecht, ey. Locker halbe Vorteil-Community heute wieder aufzuspielen. Hilfe. Es geht nicht down, Junge, bevor ich mich vergesse hier. Ruck mal den geilen Scheiß raus. Oh mein Gott, es leben nur noch 74 Leute. Was mache ich denn hier? Ich verquatsche wieder alles. Wir brauchen dringend Kills. Übrigens spiele ich gerade mit der Endversion vom guten Dr. Strange hier. Den kriegt man ab Level 220. Wie sieht der für euch aus? Gefällt der euch? Hab mich extra schick gemacht heute. Alter, geil, ey. Unnormal, ey. Boah, wie viele sind da hinten? Oh, der ist sogar geflogen. Du wirst gleich mehrere Probleme haben. Nicht nur das Fliegen hier. Eiern die hier eine Party, Spider-Man? Das war doch letztes Season. WandaVision. Hau rein. Habe ich die Sendung nie geguckt. Ist die geil? Keine Ahnung. Was ist mit dir hier, Spider-Man? Hau rein, Alter. Ey, das ist ja doch einer. Warte mal, das war Spider-Man. Ja gut, das passiert, wenn ihr zu viel Fortnite spielt oder die totale Verwirrung reinkickt. Was sind die Gegner alle? Ich schwöre es euch, das sind solche, die nicht loslassen können. Oh nein. Egal, wir machen jetzt einen Kill mit dem Panzer. Ich habe keine Ahnung, ob der nächste Season noch drin ist, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Letzter Kill mit dem Panzer. Wo sind die Lostis? Ey, die haben ja hier ein Loch gemacht. Ey, nicht wegfahren. Bleibt mal stehen, Junge. Verwalt. Ich muss hier noch einen Kill machen. So, wie der wegfährt. Am Ende des Tages geht es eh keinen kommen. Boah, der ist sogar ausgestiegen. Mach keinen Ärger, ein Kerso Henry. Ich bin ein bisschen bekannter hier als ihr. Boah, die wollen echt fliehen. Hallo Jungs. Ich möchte einen Doppelkill machen. Habt ihr ein Problem damit? Problem oder was? Dann kommt nichts zu mir damit. Oh mein Gott, der ist sofort down gegangen. Lol, der wollte ihn doch wiederholen. Ja, viel Glück damit. Vielleicht in der nächsten Runde. Haut rein, ihr Dullis. Sind noch irgendjemand? Kann euch helfen. Mit dem Battle Bus. Boah, da vorne ist sogar einer. Ey, das läuft ja hier wie am Schnürchen. Das hätte ich nicht besser planen können. In meiner Bot-Lobby, Kapi. Achtung, Achtung. Eine wichtige Durchsage. Ich bin der Battle Bus Fahrer. Ich nehme sie nicht mehr auf. Oh mein Gott. Infinity, hau rein, Alter. Wo ist der andere hin? Den habe ich leider verfehlt. Komm mal raus und mach mal Piep Piep. Ich will dich suchen. Der Battle Bus will sich um dich kümmern. Ey, da unten ist er ja. Komm mal hoch. Ich will nur mit dir reden. Wir können auch zusammen spielen, wenn du Bock drauf hast. Boah, wo kommst du denn her? Hä? Der war doch gerade noch unten. Bist du ein Zauberer? Ich hasse Zauberer. Nein, Spaß. Ich mag die eigentlich. Harry Potter ist cool. Achso, bevor irgendeiner fragt. Das hier ist natürlich nicht der letzte Tag, bevor die neue Season kommt. Weil das ist ja der Samstag. Und das Video kommt wahrscheinlich am Samstag. Also macht das ja gar keinen Sinn. Ihr denkt auch, ich spiele jeden Tag Fortnite. Spielt ihr jeden Tag Fortnite? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Oh mein Gott. Das wird das letzte Mal sein, dass wir uns hier wegschießen. Das sind wir noch alle geriftet. Seid ihr bereit dafür? Weh, jetzt ist hier keiner beim Collider. Komm mal raus. Hä? Da ist schon wieder ein Lambo. Ey, Monte, Alter. Hast du schon wieder einen neuen Lambo gekauft? Ich glaube, ich spinne. Der ist doch jetzt mit seinem Grün hier lang gefahren. Komm mal raus. Hallo. Was geht? Ich sage nichts von dir gehört. Machst du Urlaub? Wie heißt der Mr. Shell? Ich dachte, der hieß Mr. Shield. Der sieht auch aus wie einer, der shield. Also der Skin, ne? No front. Was macht der denn da? Hör doch auf, auf mich zu schießen. Lol, der wird vom Boss fertig gemacht. Ja, das sieht jetzt ziemlich scheiße für dich aus, ne? Ich glaube, das ist sogar der Goldene Ritter. Den habe ich gerade gestern fertig gemacht. Du anscheinend auch. Den schnappen wir uns. Hallo, Bruder. Komm mal aus deinem Baumhaus. Wo ist der? Ey, schieß doch jetzt nicht auf mich, du Irrer. Ich hasse dich. Wir werden ihn jetzt abbauen. Und Feuer. Okay, das hat nicht funktioniert. Reiz mir aber raus hier. Ey, ich bin zu dumm dazu. Kannst du bitte einfach runterfallen? Er wird mich töten. Er wird mich so töten. Fall runter. Stirb. Stirb. Geh drauf. Er hat nicht mal Schaden bekommen. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Was hat der denn für einen komischen Namen? Ja, egal. Spielt keine Rolle. Genießt das hier nochmal. Hol euer Popcorn raus. Flippt das mal rein. Hier. Ich habe meins auch am Start. Spaß, das sind Nüsse. Ich liebe diesen Recon-Scanner. Aber der ist auch total unfair. Tschüss. Wie viele 48er willst du kassieren? Er sagt einfach nur ja. Da ist noch einer, der will weglaufen. Ist das Neymar? Ey, Neymar, Bruder. Was geht? Verdienst du eigentlich so viel wie Mbappé gerade? Ich glaube es nicht. Ich habe gehört, Mbappé will Neymar rausschmeißen. Aber das habe ich jetzt schon gemacht. Gern geschehen, Mbappé. Hier habe ich gut gemacht, oder? Gib mir ein bisschen Geld ab. Deine Spende bitte. Wer ist das denn? Lol, das ist Trucker Joe. Was willst du denn hier? Boah, da hat mich was gekillt. Oh mein Gott, Freunde. Ich muss euch noch einen heftigen Trick zeigen. Wartet mal ab. Und zwar nehmt ihr diese Shield Cannon. Wie das Ding heißt. Macht das einfach aufs Auto drauf. Und hier verkackt einfach voll. Hä? Ey, passt mal auf. Ich muss noch acht Gegner killen. Meint ihr das was Geiles drin? Komm schon. Season 3 Waffe. Wow. Tschüss. Das muss ich mitnehmen. Was machst du denn hier? Kontrollierst du die Tankstelle? So, weil jetzt alles teurer wird, musst du hier nicht kämpfen, Junge. Ey, verdammt. Das wird knapp werden. Es leben nur noch zehn Gegner. Aber wir müssen noch sieben Stück davon killen. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen werden. Wo versteckt ihr euch denn alle? Hallo. Oh, da ist ja jemand. Ein Nosekin. In freier Wildbahn. Mann, ich fang dich wie mein Pokémon ein. Bleib mal stehen. Ich muss einen Kill mit der Raygun machen. Oh Gott. Geh drauf, bitte. Egal, das zählt als Kill. Boah. Wer seid ihr denn? Chillt mal gerade. Da kommt direkt ein ganzer Clan von Nosekins. Ich glaube, da war sogar noch einer. Seht ihr das? Hä? Was willst du denn vor mir? Ey, ich muss hier weg. Das ist gar nicht gut. Versteig mal schnell. Wir machen schnelles Hide and Seek. Mal gucken, ob wir mich finden können. Der Gewinner kriegt alles. Ey, ihr habt gecheatet. Das zählt nicht. Kaninchen? Ey, Ostern ist vorbei, Junge. Geh drauf, bitte. Oh Gott. Das war ja nicht mal knapp. Warum mache ich eigentlich so Druck gerade? Noch volles Leben. Ist das noch ein Nosekin? Aber seid ihr denn alle Nosekins? Und kauft euch mal Skins mit Crater Code Wannabe ein. Nein, Spaß. Rauch dir nicht. Shield doch Nosekins. Ich feiere die auch. Kannst du nicht einfach sterben, Bruder? Hör auf. Ey, du hast jetzt hier genug rumgesprungen. Jetzt gibt es einen Knüppel. Was hast du da vorne? Kein Hass gegen Nosekins. Ich liebe sie. Ich liebe euch. Ey, da ist ja noch einer. Ist das ein Terminator? Boah. Chill mal nicht da. Ich komme wieder. Ich muss den unbedingt damit killen. Komm schon. Feuer. Let's go. Er hat aber noch ein Mate dabei gehabt. Er wollte mich rösten. Kann das sein? Boah, den Skin mag ich. Das ist auch ein Freund. Aber nicht in dieser Runde. Boah. Ich habe alle gekillt. Wir haben 19 Kills auf einmal. Was? Hallöchen, Bruder. Was chillst du bei der Hölzhütte, hä? Hast du den High Ground oder was? Ey, der hat zu viel Star Wars geguckt. Den schnappen wir uns jetzt. Gehen jetzt zum Taxi hin. Oh mein Gott. Und schnappen wir uns den. Oh Gott. Oder auch nicht. Das ist gar nicht gut. Wieso ist der so stark? Chill mal, Bro. Boah, das hat ihm wir getan. Leg dich nicht mit der AUG an. Die ist zu stark. Ey, die muss nächstes Season auch raus. Vor allem die Mythische von Dr. Sloan. Da habe ich jetzt genug Versionen von gehabt. Chill mal. Chill mal gerade. Ich will hier alles abfackeln. Oh Gott. Ich habe ihn so getroffen. Ich will jetzt schnell abhauen. Drive-By gemacht. Als ob ich hier in GTA wäre. Drive-By gemacht. Du kriegst mich nicht. Oh mein Gott. Was war das für eine Aktion? Absolutes IQ-Play. Und jetzt wirst du drauf gehen, Bro. Markieren den noch einmal. Ja, komm her. Komm her. Da gibt es die Pampe. Let's go, Freunde. Epischer Sieg. Ich glaube, es sind genau 20 Kills. Kann es sein? Ja, Freunde. Das soll es vom Video gewesen sein. Letztes Mal Season 2. Das wird nie wieder kommen. Saugt nochmal alles auf hier. Und dann hoffe ich, dass wir eine geile Season 3 kriegen. Wir hören uns nächste Season wieder, Freunde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.